jetzt ist nochmals der mensch jetzt sagen wir töten dass das was wir eh schon gerade die kontrolpunkte waren wie gesagt so bis zur nebensache was ist jetzt schon bereit zu sterben das leben und das sterben des lohen wir salutieren dem tod das für ein sportpunkt den ich da hab ich musste nachladen das ist nicht unfair und wird der autos natürlich autos das war nicht immer keine jetzt war kein tod aber auf den dächern müsste eigentlich auch schwarzen gewähre sein wo ich will man mit kreis respawn raus aus der karre wieder hier wieder mit der karre umwert sehr scheiße gerade noch doch hier liegen es ist noch die meni wird gucken als zu legen wenn ich dich immer schließen das kann man die worte schießt auch mit der frau was ist mit ihr das kopf oder frau ich weiß gar nicht was du es wurde nur gesagt auf frauen schläfern schlägt man nicht dass man sich erschießen darf hat keiner gesagt da bist du auch mal auf dem dach natürlich scheiß kämpfer ach verdammt ich wollte es selber auswählen ja aber langsam übertreibst die junge frau ich habe die punkte bekommen das ist nicht wahr ja der verreckt nicht ja gut katzen haben die mit sieben leben ja so verrückt nicht genau lauf vor ist lauf stehe ich weiß nicht noch schließt doch wieder immer auf mich hör auf wieder scheiße wird doch pappe nein ich sterbe du wirst dich so da scheiße das waren drei schüsse drei tode etwas zutreinander und drei kids nein ich will schon wieder mach deinen headshot mach deinen headshot auf der entstärkung saugeil das ist nicht wahr doch das nachfahren hat dich gerade gekostet ne ja das problem du warst der war nicht schlecht der war nicht schlecht und dann kriegst du wieder ach so ich hab keine munition mehr ey aua ha 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 die raufkordnebombenstimmung ich weiß nicht wie ihr da steht aber ich fand es muss dich weißt du mannig weg erstmal nehm ich dich mit ja schade aber zumindest doch noch einen mitbekommen oh jetzt brauchen die munition alle oh alter geht's dir ab ist ja viel Spaß geboten moment mal moment mal moment mal als man die die mich abschneiden jetzt ich veraust man man hat ich schäfer die ziellinien gelaufen und ich habe die weg weil ich das problem ist einfach der auch für dem net das mort dasselbe und jedes mord und das kann eine andere ecke die ich mache ich habe ich ihn erwischt die falsche waffe ich glaube ab von mir schießt das wieder einer auf mich wer schießt auf mich ich weiß nicht mehr ich könnte mir beantworten das kann doch nicht wahr sein hier ständig wurde abgeknallt ihr seid böse zu recht zu recht marcus rett schon mal zum nächsten auto äh wieso bin ich jetzt tot marcus ey der hätte sitzen müssen ja ich habe ich habe immer auf jeder web von allen waffen typen alles mit drauf gepackt der munition man ich finde immer keine knorren muss auf den map gucken und den links das alles markiert ja ich sehe es du sagst weg ich habe gerade jemand auf dem visier und du kommst mit so einer kacke an weißt du aua mit der panzerfaust aufs klippig geschwollt wieso schießt ihr auf mich ich bin bundesagent kann die auto form ich werde die rakete habe mir vorbeifliegt wieder diese pennyweiß hier ich hab's gesehen ich drehe meine runden ich drehe meine runden oh alter der rasenbrenn ich wusste es dass die frau ja auch noch nicht macht ich hab's gewusst ich hab's doch gesehen im augenwinkel ich will nicht sagen aber irgendwie ah mann die scheiß knalle ist leer so geil der geflogen ist wieder raus und brennt ja das war eben schon der hat ganz rasert gebrannt die blöde ey schießt den schon wieder auf mich schießt den schon wieder auf mich mein kill also die knorre ist schon mal scheiße ich brauche ne bessere wache ich hab' gar noch was aus dem vorstellen sollte ich es gewusst das ist absolut käse ist nicht die frau ja mach die ja auch was sie raus aua beide die eine war selber arbeitest ja ja dritter vierter die letzten die ersten sein gut gesehen na klar baby ja wie war das mit dem nun das war eigentlich nur weil sie mich jetzt mal gehofft hat aber noch ein punkt das war ich knappe zwei die ersten drei und nicht schlecht aber bis jetzt scheinen ja meine editor sachen gut anzugucken das macht laune ja aber ich denke mal mit denen war es sinnlos was war sinnlos das scharf schützengewehr hat keinen sinn weil die karte zu klein